Und welche Maßnahmen ergreifen wir um den Piraten, die Prinzess wieder abtrennen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Willkommen zurück! In Assassin's Creed 4, Black Flag! Nein! Stirb doch! Nein, jetzt sind so viele... Ach, verdammte Axt, Leute. Es geht genauso weiter wie beim letzten Mal. Es ist so schlimm. Aber ist auch ein fieser Punkt hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das hier am besten anstellen soll. Aber gut. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, eure Exzellenz. Afrika? Black Girl, die sind in dieser Route nicht geleitet. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsedeln. Eine meiner Sklavengalären könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaläre. Eddy! Eddy! Hör auf! Eddy! Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Mein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist. Und der Körper wird folgen. Das ist der Witz. Wohlgesprochen, Großmeister. Oh. Ne, du siehst mich nicht. Alter, ey. Ich merke die Action hier gar nicht, wa? Haben keine Pfeile mehr. Das ist schade. Oh. Schade. Wo in Afrika suchen wir genau? Prinzipik, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen. Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Oha. Aus der Zone entkommen und anonym werden? Okay. Alles klar. Was? Eddie, was hast du da jetzt wieder gerade gemacht? Oh Mann ey. Na gut, ich renne mal weg. Piraten retten? Kann ich das mal eben nebenbei machen? Ne, meine ich. Macht wenig Sinn. Mission beendet. Das war ja schön. Grobiane töten, Alarmen blocken, sabotieren. Haben wir alles nicht gemacht. Was soll's? Haben wir diese Cut-Mission auch beendet ey. War ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Du kommst nicht frei, Mann. In die Reihe. Natürlich kommt er frei. Ich geh sicher nirgendwo mit dir hin, du Lustknabe. Du Lustknabe? Sieht tatsächlich aus wie ein Lustknabe. Mit seiner roten Perücke. Mann ist auch tot. Jetzt hören wir dich nochmal schnell. Zack, zack. So. Willst du mir nicht danken? Freund? Kämpft noch irgendwo jemand? Hier kämpfen sie noch. Was ist das für ein Sound? Hab ich was falsch gemacht? Hm. Aber ist nicht. Egal, wir sollen zurück zu Jackie. Und das machen wir jetzt auch direkt mal. Ganz so schnell. Unsere Crew ist definitiv voll, glaube ich jetzt. Ne? Kann das sein? Aber wir hätten auch ein Boot nehmen können. Naja, wir nehmen kein Boot. Wir schwimmen einfach das Stückchen. Die zwei Meter können wir auch schwimmen. Müssen ja fit bleiben. Ist immer wieder wichtig. Und nicht nur durchs Kämpfen. Weil da verliert man ja auch immer ein bisschen Blut. Hier so schwimmen ist echt gesund. Gesündeste Sport, den es gibt. Schön gelenkschonend. Natürlich nur, wenn man es nicht als Extremsport macht. Extremsport ist immer ungesund. Ja, ja, ja. Danke, Freunde. Danke, Freunde. Danke, Freunde. So, wohin geht's denn? Schnellreisemenü öffnen. Wohin müssen wir denn? Wir sollen nach, zu, von, nach, hier unten hin. Dann würde ich sagen, reisen wir mal eben... Wie sieht's hier aus? Schwer? Nicht schwer? Hm. Mittel. Mittel. Ähm, von hier nach dort dürfte es ja recht schnell gehen, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Cumberland Bay. Und dann gucken wir einfach mal, wie schnell wir denn dort sind. Und nehmen mal eben das vor ein. Und, ähm, stellen uns dann hoffentlich nicht zu blöd an. In dieser Schlacht. So, einmal... Tappi. Und dann... Wieso sind hier eigentlich... Wieso ist es eigentlich hier? Wir haben doch das voreingenommen. Wieso dürfen wir doch immer nicht hier sein? So, hier möchte ich hin. So. Ähm... Wieso ist hier noch immer rot? Alles. Verstehe ich nicht ganz. Ah, gut. So, das Schiff sieht uns. Es könnte sogar sein, dass es uns diesmal komplett sieht. Mh... Äh... Da scheint ein Blinder. Oben zu stehen. Wie sieht's eigentlich... Fuck. Wir haben tatsächlich keine Mörser. Eher schlecht. Möchte ich meinen. Ein bisschen langsamer hier. Oh, das war ein bisschen spät ausgewichen. Boyer! So, Mag искin ohne bereit. Kann ich doch Mörsern. Feuer! 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 Wir werden einen sicheren Anker 왔. Das war die, und da sind dauernd. feud. watching. ã. Entern, so. Ich muss, ich, also eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so wirklich, versteht er, aber. Was willst du machen? Muss halt ab und zu mal sein. So, Freunde, zieht mal ran hier. Ich komme dann gerade noch nicht so richtig an meine Opfer. Jetzt geht's los hier. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt gehen die gerade wieder nach oben. Wir versuchen, das durchzuschneiden, der Nu. Nicht mit mir, ey. Auch tot. Noch einer tot. 5 von 15. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was tun jetzt. Händisch. Machen wir direkt mal. Wat? Du bist ausgewichen, du Arsch. Eddie, wenn ich eh, wenn ich... Eddie! So. Danke. Verdeidigung durchbrechen. Danke. Oh. Schön. Der Konter, der funktioniert hier einfach ab und zu nicht. Hat er sich gerade die Nase gehalten? Hör mal. Während eines Kampfes die Nase halten. Kein Wunder, dass ihr alle... Kein Wunder, dass ihr alle verliert. Ihr seid alle Snoobs, ey. Weitere. La-la-li-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Eddie steckt mal eben die Schwerter ein. Wieso auch nicht? Dit is zu voll hier, Jungs. Müssen die Kundschafter töten. Und zwar müssen wir dafür nach oben Machen wir jetzt direkt mal Hoch hier Hallo Freund Komm ich da irgendwie rüber? Wäre cool, wenn man einfach rüberhüpfen könnte, wa? Aber ich müsste Doch eigentlich Ich müsste doch hier Da Okay, anderes Schiff jetzt Ähm Hier unten, genau so So, jetzt hoch hier, Eddie Komm Hoch hier Nö, kein Bock Gut, dann machen wir das anders Dann gehen wir halt hier rum Und dann hier hoch Oder? Das können wir doch Aua 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 Das war schön Mal eben runtergestupst Den Mann So, werden wir die Jackie mal eben reparieren So, Jackdaw reparieren Zack Ja, das interessiert uns nicht Wir wollen jetzt hier direkt mal weiter aufs Maul geben Denn ich glaube, das dicke Schiff, das dürfte noch auf uns schießen Und ich frage mich, ob wir es eventuell sogar gegen dieses dicke Schiff aufnehmen können Nö, die scheinen uns alle jetzt zu ignorieren Gut Oder? Versuchen wir es einfach mal Komm Wir versuchen es einfach mal Warum auch nicht It kann ja nicht schaden, ma? Bis auf, dass wir vielleicht mal massiv aufs Maul bekommen So, ein Stückchen weiter nach rechts noch Ich komme nicht weit genug Ein bisschen, ein bisschen, Moment Wir kriegen das gleich hin Ich bin da zuversichtlich Wir nehmen uns jetzt erstmal kurz Hier den So So, wo ist denn das Ding jetzt? Zack Nummer eins Hat gewessen Ach, das ist ja fast kaputt, das Ding Das ist ja mal easy, ey Feuer So, noch ein Neuer drauf Und ich glaube, es sieht so aus, als dürften wir sie jetzt einfach mal eben, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine So So, das haben wir alles Und jetzt werden wir mal eben Dieses Schiffchen nehmen wir uns auf jeden Fall mit Alter Alter Schwede Mein lieber Scholli Das ist doch mal ein Schiffchen, möchte ich meinen Herrlich Äh, wen soll ich töten? Den da? Shit Jetzt habe ich sie erwischt Jetzt habe ich sie aber erwischt Das ist einiges töten hier Mist, da kann ich durchschießen, das ist schade So Rüber hier Hallo Freunde Hier Erstmal schön auf den Kehlkopf geschlagen Sehr gut, wer auch immer auf den geschossen hat, das war super Boah Das war ja ein cooler Move, ey Den habe ich auch noch nie gesehen Von Eddy Der packt hier neue Sachen aus, ey Das ist ja nicht zu fassen Hatte ihn einfach mal dagegen gerammt Wobei, nee Wir töten erstmal noch ein bisschen Crew, würde ich sagen Hallo mein Freund Ein bisschen Abwechslung reinbringen hier Mal ohne Säbel, mal mit Säbel Ausgewichen, mein Freund Beziehungsweise abgewehrt Aua, das tut weh Und das auch Freunde der Sonne So, den haben wir auch Den nehmen wir auch direkt noch mit Hier sind wir leider nicht ausgewichen Aber egal Komm, stirb Zack Jetzt müssen wir noch nach oben Und die Flagge Du kommst erstmal weg hier, mein Freund So Äh, bin ich hier überhaupt richtig? Doch, hier müsste der Richtige Mast sein Ja Hoch, Eddy Ja, so Genau Alter, da würde mir so schlecht werden So ein bisschen den Kopf über hier Das Schiff wird definitiv in unsere Flotte aufgenommen Alter Schwede Das ist ein Riesending, ey Meine Fresse, ey Würde ich sonst nur, wenn ich meine Hose aufmache Nee Lustig Alter, ist das viel Wenn keine Weißflotte aufnehmen Haben wir überhaupt genug? Haben wir noch? Können wir? Dürfen wir? Das hat sich doch mal gelohnt Das hat sich doch mal gelohnt, ey Da sagst du was, ey Mann, oh Mann, oh Mann Das ist ja stärker als die Jackie, möchte ich meinen Sieht zumindest größer aus Gucken wir uns direkt mal an hier So, was gibt's denn hier zu tun? So, erstmal gucken wir mal kurz hier bei der Flotte Wir haben ein neues Schiff Und dafür müssen wir sicherlich wieder ein Dock kaufen Äh Mehr Docks hinzufügen Für 120 machen wir auf jeden Fall Ja Neues Dock hinzugefügt Oh Zu meiner Flotte hinzufügen, genau, so Oh, und wir haben einiges Es gibt ja einiges hier Neue Schatzkarte wurde vollgeschaltet Ei, ei, ei Wir können einiges tun Demnächst noch Aber nicht mehr heute Aber wir gucken uns erstmal alles an Was wir machen können Und ich werde die Jackie jetzt gleich noch ein bisschen aufwerten Und mir kann mal jemand sagen Falls es nicht schon in den Kommentaren stand Ich muss da ein paar Kommentare ehrlich gesagt nachholen Ähm, ob ich diese Dinge, die ich hier bekomme Diese Kelche und so Kann ich die irgendwo hinstellen? In meine Kajüte oder zu Hause oder sowas? Würde mich mal interessieren So Portugal 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 Sieht brutal aus Gucken wir einfach mal 1% 2% 84% 80% 100% Die Lan Franco Die Lan Franco Ich bin ganz sicher Wir gucken einfach mal Ei, ei, ei Das könnte spannend werden Ui Okay, wir dürfen schon mal zuerst schießen Das ist schon mal gut Ein guter Anfang Leider ist die Fregatte nicht untergegangen Gut, die Lan Franco Nein, die Lan Franco Nein, die Lan Franco geht Nein Ich könnte fliegen Soll ich fliegen? Okay, wir können als nächstes schießen Komm schon, geh down Das geht nicht down Das Ding Ah, mein Nein, 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 ja. Oh nein. Uff. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es hier so spannend werden kann. Mann, da hätten sie uns fast die Lan Franco weggeballert. Die Säcke, hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt. Noch immer gefährlich hier der Status der Route. Portugal 1, machen wir nochmal. Wir sind irgendwie... Ne, Moment, hier. Zurück. So. Gucken. Hier sind wir schon auf 100% direkt. Das ist ja immer gut, ey. Reparieren. Müssen auf jeden Fall demnächst auch mal ein Schiff abwracken. Um ein paar... 111 kostet das. Jut, die nehmen wir nicht in die Lan Franco mit rein. Oh, sie wurde gar nicht repariert. Ist ja schade. Schlachtbeginn. Müssen wir ein bisschen was abwracken, weil wir nämlich eh zu viele Schiffe haben und dafür dann natürlich auch wieder die Diamanten bekommen. Sehr schön, sehr schön, Freunde. Gut, das war ja süß. Aber reicht. Zack. Sind sie weg, die Säcke. So, riskant noch immer. So. Hm. Ziehen wir einfach mal nochmal durch. Nein, nicht so. Hier, so möchte ich das. So. So. So, ich ziehe einfach drei Schiffe rein. Desto sicherer ist das Ganze hier. Ich möchte ja kein Risiko eingehen. Weil es jetzt wahrscheinlich schön schnell gehen wird. Santa Eva Maria kann halt irgendwie nichts, ne? Muss man einfach mal so sagen. Außer schnell schießen. Das kann sie. Na? Trifft's? Trifft. Sehr gut. Jetzt müsste es aber mal sicher sein, hier das Ding. Ja. Jetzt ist es sicher. Jetzt können wir auch mal eben eine Mission machen. Verfluchte Nacht. Machen wir auf jeden Fall. Zack. Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht. Schiff entsenden. So. Und den hier noch. Ja. Können wir direkt. Das erste Schiffchen nehmen. Die Santa Eva Maria. Gehen wir zurück. Was haben wir hier noch? Ne, ist mir alles zu unsicher. Ich habe keinen Bock jetzt hier nochmal durch die Gegend zu ballern. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier, was es hier in der Jacky denn Neues gibt. Ob wir irgendwas machen können. Jackdoor Upgrades. Rumpfausbau können wir leider nicht von uns fehlen. Fehlt einiges. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Stärke der Feuerfässer brauchen wir nicht. Lager für schwere Kugeln. Das ist schon alles ganz nett. Okay, es kostet ja nur Öcken. Insofern können wir das einfach mal kaufen. Ne, aber das finde ich echt überflüssig. Lager für Feuerfässer brauchen wir eigentlich auch nicht. Mannschaftsquartiere. Haben wir alles. Lager für Mörser kostet 5000. Wir brauchen den Plan. Okay. Aussehender Jackdoor. Nein, erstmal nicht. Verkaufen. Fracht verkaufen. Zucker verkaufen. 5400. Rumverkaufen. 2900. Meine Fresse, ey. Da haben wir jetzt auch wieder ordentlich Kanäte. Wir müssten ja eigentlich auch mal im Hafen uns einfach so ein paar Sachen kaufen können, ne? So Stoff und so. Müsste doch eigentlich machbar sein. Gucken wir einfach mal beim nächsten Mal. Beziehungsweise mach ich eventuell auch zwischendurch. Jetzt sag ich erstmal Tschüss. Und bis morgen. Hier in Assassin's Creed 4. Wenn wir da hinten mal eben den... Das kleine Vorum hauen, würde ich sagen. So mit links machen wir das. So wie immer halt. Das kleine Vorum hauen, würde ich sagen. Das kleine Vorum hauen, würde ich sagen. Das kleine Vorum hauen, würde ich sagen.